Kamari Murphy hat gut lachen. Am Dienstag machte der Power Forward sein bisher bestes Spiel für Rasta. 15 Punkte, 6 Rebounds und noch vieles mehr gelangen ihm beim Basketball Champions League Auftakt. Was den 25-Jährigen ebenfalls glücklich machte, der Raster-Dom, das Tollhaus. Es ist cool, aufregend und erinnert mich an meine College-Zeit. Die Fans sind so nah dran am Spiel und man spürt ihre Energie. Und bei so einem Spiel wie gegen Anvil mit vielen Dunkings, Dreiern und Runs gehen sie voll mit. Und auch deshalb freue ich mich schon sehr auf Freitag. Freude hatten Rasters-Fans nicht nur an Murphy, gerade auch an Travis Simpson. Fechters weiterer Neuzugang brillierte mit Highlight-Plays am Fließband, genoss Anvil Vlotzlaweks nicht sonderlich engagierte Defense, traf 6 Dreier und war Garant des Erfolges. Travis war super, er hat vom Jump weg groß aufgespielt und alle mitgerissen. Travis ist einfach ein super Basketballer und sehr guter Schütze. Auch auf ihn verlassen wir uns in dieser Saison. Verlässlich ist ja auch Vasturia, der Taktgeber. Bei Rasters erstem BBL-Sieg dieser Saison in Göttingen waren es 14 Zähler für den Guard. 5,5 Assists in vier BBL-Spielen, fast 82 Prozent von der Freiwurflinie. Nur der Dreier fällt noch nicht so, wie er soll und wie Vasturia es auch kann. Alles andere vielversprechend. Ich fühle mich gut. Das Selbstvertrauen muss einfach da sein, man muss aggressiv sein. Und ich will unsere Offense noch besser verstehen, damit wir alle gut zusammen spielen können. Und wir alle fühlen uns natürlich gut, wenn wir Spiele gewinnen. Genau das hat Rasters nächster Gegner Medi Bayreuth noch nicht. Bamberg, Weißenfels, Kreilsheim und Würzburg entrissen den sogenannten Heroes of Tomorrow die Punkte. Verletzungsprobleme tun ihr Übriges. Ein leichtes Spiel erwarten Rasters Kamari Murphy und Co. aber überhaupt nicht. Schließlich hat man selber eine Baustelle. Am Dienstag erlaubte man Anvil Blotzlawek sage und schreibe 54 Rebounds. Wir haben uns auf Video angeschaut, was wir da besser machen müssen. Vor allem müssen wir besser als Team den Rebound ermöglichen. Die Coaches haben uns klar gesagt, wie wir da in Zukunft agieren müssen. Und dass am Freitag sowieso wieder etwas völlig anderes auf Raster zukommt, als in der BCL hat das Coaches-Team bereits verinnerlicht. Jetzt ist wieder BBL angesagt. Ein anderer Spielstil, der auch eher unserer Philosophie entspricht. Es geht härter zur Sache. Im Europapokal war es nicht so physisch. Wir konnten uns viel freier bewegen. Alle BBL-Clubs spielen wesentlich physischer. Da müssen wir den Schalter jetzt umlegen können. Und aus den Sachen, die Dienstag nicht so gut gelaufen sind, lernen für Freitag und so hoffentlich einen Sieg holen. Auf den hoffen auch 3.140 Fans im bereits ausverkauften Raster-Dom. Wer keine Karte mehr ergattern konnte, ist erneut nicht nur bei Magenta Sport im Internet, sondern auch ab 20.30 Uhr im Free-TV bei Sport1 live dabei. Alle Spiele der Easy Credit BBL live bei Magenta Sport.